Ihr Aushängeschild ist die intakte Natur. Spektakuläre Steilküsten, schroffe Berge und tiefe Schluchten, idyllische Dörfer und ganzjährig ein farbenprächtiges Blütenmeer. Madeira zählt zu den reizvollsten Zielen für Natur- und Wanderfreunde. Die Insel, die etwa so groß wie Hamburg ist, hat aber auch ihre lebhaften Seiten. Die Hauptstadt Funchal ist das pulsierende Herz der Insel und, darauf sind die Madeirenser besonders stolz, auch der Geburtsort von Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Bummeln Sie durch die Altstadt, besuchen Sie den Botanischen Garten oder genießen Sie das muntere Treiben in der Markthalle von Funchal. Zu den bedeutendsten Monumenten der Stadt zählen das Rathaus, ein beeindruckender Barockpalast und die Kathedrale Sey aus dem späten 15. Jahrhundert. Auf den ersten Blick wirkt sie eher schlicht, doch im Inneren offenbart sie ihre wahren Schätze. Ein ganz heißer Tipp ist auch immer die Madeira Wine Company. In dicken Holzfässern lagern dort die berühmten Madeira-Weine und bei einer Besichtigung können Sie die edlen Tropfen auch probieren. Köstlich ist übrigens auch Madeiras Nationalgetränk Poncha, ein Mix aus Zitrone, Honig und Zuckerrohrschnaps. Den sollte man allerdings nur in Maßen genießen, denn so süffig wie der Cocktail ist, so schnell zwingt er einen auch in die Knie. Typisch für Madeira ist außerdem die berühmte Korbsschlittenfahrt von Monte nach Funchal. Die vergnügliche Rutschpartie erstreckt sich über zwei Kilometer und dauert etwa zehn Minuten, wobei bis zu 30 Stundenkilometer erreicht werden. Nicht ganz so rasant ist das Tempo auf einer Levada-Wanderung. Die Wege entlang der künstlichen Bewässerungskanäle, die sich über die gesamte Insel erstrecken, sind einfach wunderschön. Es geht vorbei an uralten Lorbeerbäumen, großartigen Wasserfällen und sogar durch den Zauberwald. Madeira lädt zum Entdecken ein. Im Westen locken der märchenhafte Fischerort Camara de Lobos sowie Cabo Girão, eine der höchsten Steilküsten der Welt. Und an der Nordwestspitze Madeiras können Sie im kleinen Fischerort Porto Moniz sogar ein einmaliges Meerwasserschwimmbad bestaunen, das sich zwischen urigen Lavafelsen befindet. Madeira ist perfekt, um Hektik und Alltagsstress hinter sich zu lassen. Kaum angekommen, werden auch Sie spüren, Madeira tut einfach nur gut.